Hallo Leute, ja im Düsterwald sind wir. Ich bin jetzt hier gerade so lang gelaufen und dann siehe da ist hier irgendwie ein Fundament und da gibt es tatsächlich eine Truhe. Gucken wir doch mal gerade schnell rein. Okay, da gibt es Bernstein und Federn. Na ja, nehmen wir die mit. Gut, da wisst ihr Bescheid. Wir sind wieder unterwegs und gucken mal, das war das andere Örtchen finden, wo die Skelette war. Der Dungeon. So, und das war da vorne. Ich hoffe, es sind jetzt draußen nicht wieder Skelette gespawnt, aber das könnte passiert sein. Aber momentan sieht es nicht so aus. Ne, ist wohl doch nicht. Gut, dann würde ich sagen, schauen wir mal rein, oder? War doch hier, oder? Ja. Gucken wir mal, was in der Grabkammer los ist, ne? Achso, Fackel. Das hört sich immer so an, als ob hier irgendwo einer ist, ne? Es ist da links auch einer, oder? Da war doch ein... Hinter der Tür steht er. Gut. Da ist noch eine Tür. Was sehen wir da auf? Knochenreste. Da ist nichts. Ich höre schon die nächsten. Aber hier nicht. Da kann ja nichts sein eigentlich. Da ist noch eine Tür. Da geht es nach unten. Da geht es nirgends vorhin. Also gehen wir erst nach unten. Hier gibt es ein paar Pilze. Gibt es um die Ecke auch was? Okay, da geht es auf jeden Fall weiter um die Ecke noch. Oder auch nicht. Oder auch nicht. Ne, da ist keiner. Gut, dann nehmen wir nur die Pilze hier mit. Haben wir sie alle? Ich glaube schon, ne? Gut, das war Sackgasse. Das war nix, glaube ich, oder? Gut, das bedeutet... Oh, Fackel kaputt. Ne. Rucksack. Na, da haben wir jetzt nur noch eine Fackel. Okay, da müssen wir drauf aufpassen. Hier war nix. Die beiden Türen waren erledigt. Da geht es nicht weiter. Das heißt, rechter Hand sind wir durch. Das heißt, diese Seite, da war ja auch noch eine Tür, glaube ich, oder? Habe ich mich da vertan? Ne, da ist noch eine Tür. Hier war nix, ne, oder? Beziehungsweise hier ist schon was, aber... Das waren wir schon, ne, oder? Und da haben wir noch eine Erdbeere. Hört sich so an, als ob hier nebenan welche sind, ne? Oh, das sind die Papieren. Okay, ich glaube, wir haben sie aber alle, oder? Ja, und wir müssen auf jeden Fall Essen fassen. Weil das sieht gerade nicht so aus, dass wir da weit mitkommen, was wir gerade haben, ne? So, das bedeutet... Lass uns erst gucken, ob hier nicht irgendwo noch was ist. Okay, da sieht es erst mal safe aus, oder? Gut, lass uns die Truhe kurz gucken. Okay, da haben wir... ...6 Pfeile, okay. Ich denke, die reiben irgendwo was ein und kommen zu mir, ne? Da ist auch noch eine Tür, okay? Das sah jetzt nicht wie eine Tür aus. Gehen wir da erst hin. Dann geht es auf jeden Fall hoch, ne? War da schon einer? Ne, Pilze sind da, okay. Nehmen wir erst mal nur die Pilze ohne die Tür. Okay, das haben wir. Und dann die Tür. Da kommt niemand, aber hier muss bestimmt einer hinter stehen. Ist noch mehr da, oder war der das? Da ist noch einer. Ist noch einer. Das ist ein Spawner, oder? Okay, ich glaube, den haben wir erledigt. Da geht es weiter und da ist das, was wir schon lange gesucht haben. Ja, das ist das, was wir brauchen. Surtlingkern, alles gut. Da ist noch einer. Noch einer. Und noch einer. Und hier gibt es bestimmt noch was zu lesen. Der Uralte, da gibt es den, okay. Der ist jetzt markiert. Und, okay, da werden wir wahrscheinlich, denke ich mal, über Wasser müssen, dass wir da hinkommen. Dann haben wir das. Den haben wir doch nicht genommen, okay. So, damit sind wir hier nicht durch, weil da liegt noch was. Zwei Rubine. Und das auch noch. Ist das auch noch was? Nein, da war nur so ein Stein drin, ich glaube. Aber da liegt noch was. Okay, das heißt, wir sind hier erstmal soweit, würde ich sagen, fertig. Werden zurück marschieren, weil unser Rucksack ist ja nämlich auch schon, ne? Noch ein bisschen Platz hätten mal. Dann müssen wir mal gucken, wie wir das handhaben. Warte mal, war da noch eine Tür? Nein, da war keine Tür mehr, oder? Nein, hier war keine Tür. Aber es gab einen Raum, wo noch eine Tür war, meines Erachtens. Diese war es auch nicht. Dann muss es hier vorgewesen sein. Hier ging es nur hoch, da waren zwei Pilze, oder? Ja. Also auch erledigt. Und hier links war noch eine Tür, oder? Da ist sie. Wie sieht es mit uns aus? Gut mit... Ist noch wer da, oder nur einer? Nur einer war da wohl. Und hier ist da nichts los, schade. Noch nicht mal was gekriegt, sozusagen. Gut, das heißt, wir sind dann, glaube ich, links rum fertig, rechts rum fertig. Da war nichts, ne? Da war noch die Kiste da. Ja, das hat man zuerst geholt schon. Erledigt. Da waren die Erdbeeren vorhin drin, oder Himbeeren sind es ja viel mehr. Das heißt, da ist der Ausgang. Wir waren rechts, wir waren links, wir waren nur noch nicht geradeaus. Oder waren wir geradeaus und da war nichts? Ne, hier müssen noch Türen sein, meines Erachtens, oder? Ja, da ist noch eine Tür. Ja, sollte man oder sollte man nicht? Okay, da haben wir irgendwie was gekriegt an Punkten. Da ist nichts, da geht es nicht weiter. Kommen wir jetzt hier wieder rum und wir sind wieder raus, oder wie ist das? Ne. Sah fast so aus, ne? So, das heißt, wir sind wieder hier und können noch nach da gehen. Da sind wir hergekommen. Und jetzt ist hier noch vielleicht was zu entdecken. Ne, da ist Sabbat. Dann haben wir den Dungeon schon geschafft, beziehungsweise die Grabkammer. Gut, dann können wir zurück, denke ich. Und haben die wichtigen Dinge geholt, die wir haben wollten, nämlich diese viereckigen Steine. Gut, das bedeutet, wir laufen jetzt zurück. Und werden dann gucken, dass wir unser Lager weiter ausbauen, mit der Schmiede oder was es auch immer war. Weil da haben wir jetzt die Aufgabe für gekriegt, ne? War da noch was an dem Turm, ne? Ne, da war nur die Treppe hoch und mehr war da nicht, ne? Ja, da sind wir mal gerade in die Richtung gehen, weil vielleicht haben wir noch ein bisschen Traglast für, ich sag schon. Metall, Kupfer. Das war doch hier irgendwo, ne, oder? Hier ist so der Punkt. Ist doch hier, ne? Vielleicht kriegen wir noch ein bisschen mit. Das war nur Stein, aber das ist richtig. Okay, da müssen wir aufpassen, weil irgendwo habe ich einen gehört. Da ist er. Und da ist noch einer. Noch einer da, der was möchte, nein, ne? Erledigt erst mal. Kommt noch wer? Ne, ich glaube nicht, ne? Inventar, wir hätten noch Platz. Gewicht ist noch nicht erreicht, das heißt, wir können noch ein bisschen was abbauen. Ich weiß nicht, ob da gleich noch einer kommt. Sehen wir dann, ne? Ich weiß gar nicht, dass andere war Zinn, ne? Haben wir da schon genug geholt worden, oder nicht? Okay. Da ist nochmal was. Das nehmen wir auch noch, damit das Kupfer vorkommen. Keiner mehr da, keiner mehr da. Was ist das da? Nur mehr Kupfer. Du bist nicht bei uns mehr. Fünf. So, wie sieht's aus? Gewicht 187. Wir könnten, wenn, die Steine neu gelassen, aber momentan würde ich das sogar noch nicht mal favorisieren. Die würde ich sogar noch mitnehmen, weil wahrscheinlich brauchen wir die sogar noch. Komm, jetzt. Ist das da auch noch ein Kupfer vorkommen, oder ist das Stein? Ne, das Stein. Gut, dann ist das das Kupfer vorkommen. Dann trennen wir das mal gerade hier sauber, oder? Jetzt fängt's auch noch an zu regnen. Und da kommt noch einer. Okay, haben wir alles aufgesammelt. Ich glaub, ne, da ist noch was. Kommt noch einer, ne, ne? Mir war so ein bisschen so, als ob ich einschreien gehört hätte. Aber ich glaube, wir laufen jetzt zurück. Das reicht erst mal. So. Das müsste unsere Heimatrichtung so in etwa sein. Voll nass draußen. Auch nicht so schön. Düster wollte man schon verlassen. Na, guck mal, hier ist noch die Stelle, wo wir schon mal geflücht haben, ne? Heimat, wenn wir vorbeikommen, dann packen wir noch mal einmal rein. Vielleicht ist ja doch noch was drin, ne? Hier drunter liegt bestimmt was. Aber leider... Da haben wir kein Power mehr, ne? Der Pilz ist klar, dann kann man den auch schon mal nachlegen, oder? Jetzt ist er kaputt. Ach so, ich muss mal die 5 rausnehmen, dann klappt das auch mein tiefer Rahmen, ne? Hier muss doch hier die Grabbeigabe irgendwo zu finden sein, oder? Keine Grabbeigaben, komisch. Ja, da haben wir auch einen falschen Dampfer, ne? So, äh, unsere Richtung nach Hause ist da. Schauen wir mal, das war nach Hause, komm ins Trockene, ne? Feuer wird wahrscheinlich auch aus sein. Was ist das da? Der Schein vom Feuer, ne, ne? Oder geht irgendwo die Sonne auf und das ist der Schein dafür? Wissen wir mal nicht, ne? Gehen wir erstmal hier rein. Jetzt werden wir ein bisschen trocken auf jeden Fall. Äh, ja, können wir unsere Kisten auch eigentlich beendfüllen, äh, oder wie heißt es, nicht entfüllen. Können wir hier was rein tun, aber auf der anderen Seite brauchen wir ja auch alles, ne? Skelettentrophäen haben wir hier, okay. Aber das hier ist das Wichtigste, ne? Äh, die Federn können da hin. Da passt noch einer von rein, der Rest nicht mehr. Dann haben wir hier Eisen. Der Rest gehört hier nicht hin. Geht hier noch was rein? Ja, die Knochen. Das Eisen, oder Kupferfirma. Hier ist das Zinn, ne? Du fängst an zu frieren, ja, okay. Äh, der Rest passt hier nicht rein, oder? Oder haben wir nicht hier, sagen wir es so. Nicht reinpassen ist was anderes. Doch, da oben ist noch das Holz, das geht da auch noch rein. Da noch die Kiste aufmachen. Da kommt der Bernstein, ne, der Bernsteiner Rubin rein. Der Bernstein ist schon in einer anderen Kiste, wohl. Äh, da ist auch passend weg. Das geht auch. Knüppel aus den Sack, ne? Und wir müssen unbedingt dran denken, dass wir, äh, Feuer machen müssen. Das Wutklingkern, den brauchen wir wahrscheinlich gleich. Den lassen wir drinnen. Ja, das war es erst mal, ne? Äh, können wir hier gerade noch reingucken, aber da ist jetzt nichts Wichtiges drin. So, das heißt, wir gucken an der Bergbank. Da ist bestimmt was zu reparieren, auf jeden Fall. Das haben wir erledigt. Fackel müssten wir bauen mit, ja, Holz fehlt. Feuersteinspeer, Hirspeicher, okay. Hier ist jetzt, glaube ich, nichts Neues. Die drei Rezepte waren woanders, ne? Gut, das würde bedeuten, wenn wir den Hammer in die Hand nehmen und ihn rechts klickt, dann müssten wir sehen, was hier neu ist. Das hier nicht. Hier sind jetzt die neuen Dinger. Das war noch unser Gerbergestell. Jetzt haben wir den Schmelzofen und dann den Kohlemeiler. Damit kommen wir auf jeden Fall weiter. Hier ist nichts und die Möbel sind, glaube ich, auch nicht mehr geworden. Das heißt, in der nächsten Folge werden wir dann definitiv den Kohlemeiler machen und den Schmelzofen und dann schauen, dass wir weitere Materialien da kriegen, ne? Ich bedanke mich aber erstmal recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch keinen überhaupt macht, eins, falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch, macht euch die Glocke an, kriegt dann mit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao. Vorher ist nur aus, geht nicht, weil Regen draußen. Alles klar, bis dann.